Das Tier des Tages ist heute eine Unterart des Maulwurfs und zwar der Sternmull. Diese ungewöhnliche Nase des in der Karibik lebenden Tieres ist eines der charakteristischsten Merkmale des Tieres und hat auch noch ihre Skills. Der Sternmull hat eine sehr lange, flexible und röhrenförmige Schnauze, die mit zahlreichen Sinneshaaren ausgestattet ist. Diese Sinneshaare sind besonders empfindlich und ermöglichen es dem Tier, seine Umgebung intensivst abzutasten. Die Nase spielt eine wichtige Rolle bei der Nahrungssuche, insbesondere weil der Sternmull nachtaktiv ist und eine schlechte Sehfähigkeit hat. Die spezialisierte Schnauze ermöglicht es dem Tier, sich auf seinen Geruchs- und Tastsinn zu verlassen, um Insekten, Würmer und andere kleine Tiere im Boden oder im Laub zu finden. Wenn du mehr über solche tollen Tiere erfahren willst, dann lass doch einfach ein Abo da oder schau auf unserem neuesten Video von diesem Kanal vorbei über die 7 schlauesten Tiere der Welt. Das habe ich dir in den Kommentaren verlinkt.